Liebe Gäste beim Bundesmedienball 2015, ich bin Rob Wegers und habe die einzig wahre, inoffizielle Autobiografie von ich, Harald Schmidt, geschrieben. Und ich habe es ermöglicht, dass der Meister himself für Sie auf dem Bundesmedienball ein Grußwort sprechen wird. Ist das nicht ein gigantisches Event hier, oder Harald? Grüße bitte. Danke. Du, ich muss weg. Ach ja, übrigens, Grüße an Zerlet. Danke.